Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part Hitman Absolution. Wir müssen jetzt hier erstmal wieder ein paar umbringen. Hier, der will da hinten sich immer ein bisschen erleichtern. Er hilft mir, dass er nicht nur gelbe Flüssigkeiten verliert, sondern auch gleich sein, der lässt sich letztlichen, den letzten roten. So. Können wir da zoomen? Oh ja, Mann. Das gefällt mir. Komm, der war dran. Oh Scheiße, jetzt hat mich einer gesehen. Komm her. Komm her. So. Das war der Einzige, der mich gesehen hat. Zack. Ich gehe stabilisieren. Könnten wir uns auch noch. Bin ich zu voll dafür, zu stabilisieren. Sehr schön. Es sind nur noch die da hier hinten. Wir müssen näher. Stabilisieren und... Bam. Sehr schön. Es werden weniger. Ja. Da müssen wir halt... Stabilisieren. Zack. Ja, Mann. Es werden weniger. Jab-jab-jab-jab-jab-jab. Wir bekommen zwar mega viele Minuspunkte, weil das alles unschuldige Opfer sind, aber... Winkel mal. Scheiße. Keine Muni mehr. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Aber mei. Sichtbar bewacht ist mir jetzt auch egal. So muss ich verkleiden. Machen wir jetzt mal... So. Wie soll ich so komische Seite jetzt an sich da? Ist ja auch nice. Dann... Ähm... Ne, okay. Warte mal. Das müssen wir ja nicht machen. Wir haben doch eh schon längst gecheckt, dass wir da sind. So. Ich frage jetzt nur, wann wir uns hin. Alter. Komm. Weg da. Du scheiß... Mongo. Was machst du denn? So sollst du es dann an der Wand bleiben. Ah. Was hat... Ah. Gott. Das ist schon wieder leer. Ja. Klar. Oh Gott. Können wir die alle hier nochmal umbringen. klar, der hat mich gesehen. Klar, der hat mich gesehen, ne? So. Das wissen die tatsächlich alle, wo wir sind. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. So. Gott, die da hinten noch. Warte mal, wir machen das mal so. Zack. Ah. Alter, können wir da drauf schießen? Komm schon, explodier. Geil, wir haben noch zwei Schuss. Ne, vier Schuss. Gott, was mache ich denn? Okay, warte. Wir machen jetzt nochmal neu. Kontrollpunkt neu starten. Ja, wollen wir machen. Und diesmal machen wir das ein bisschen mit mehr... mehr... Stil. So. Würde ich sagen, machen wir die da hinten erstmal fertig, oder? So. Ich glaube, die da hinten sind dann erstmal das größere Problem. Nehm. So. Ah. Ne, ist ja schnell bewegen. So. Klar, jetzt hat mich natürlich wieder einer gesehen hier, ne? Der da unten, oder? Der da hat mich gesehen, klar. Ne, der hat mich gesehen. Genau das war der Typ. Mein Gott. Gott. So, leg dich nicht mit mir an. So, jetzt ist noch der hier. Bam. Das war der letzte von denen, die mich gesehen haben. Nach unten klettern. Okay, jetzt hat mich der nächste gesehen. Ah, das fängt ja schon mal sehr nice an, ne? Wirklich sehr nice. So, zum Glück haben wir hier hinten schon ein paar fertig gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier... viel einfach nur durchrennen. Okay. Scheiße. Aha, wir machen das jetzt einfach so. Komm. Renn, schlampe, rennen! Wie können wir nicht messern? So können wir machen, ne? Aber nicht messern. Jetzt... Alter! Was dauert das auch so ewig, mit dem zu kämpfen? Komm, jetzt hau mir doch einfach die Fresse ein, du hässiger Wichser hier. Ja, klar. Jetzt müssen wir nicht alles nochmal machen. Alter. Ich bin natürlich... Ah, das war natürlich auch nice. Wenn wir mal wieder sowas machen. Höh? Dürfen wir nicht versteckt sein dafür, oder was? Was zur Hölle? Ach so, so ging es. Wieso kann ich nicht zielfeuern? Ach so, ich hab kein Instinkt, deshalb. Mann. Komm, schau. Okay. Oh, scheiße. Klar, der hat nicht jetzt gesehen. Okay. Das wird doch wieder so ein Scheiß-Part hier. Aber ich meine, was werden wir machen? Du bist ganz mutiger hier, ne? Komm her. Na gut, haben wir jetzt ein paar gekillt, ohne hier unsere Sniper verbrauchen zu müssen. So, okay. Die haben uns jetzt aber alle gesehen. Dann wechseln wir mal hier kurz zu Sniper. Was ist denn die Sniper? Ich bin ja Nummer 7. Fuck. Gott. 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 Nein, 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 geh weg da. Der Typ ist hart. Hart wie deine Mutter. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Schnapp doch. So. Verdammt, Mann. Wir sind echt... So knapp vom Verrecken immer. Oder wir verrecken dann halt immer. Welchen können wir jetzt am besten abschließen? Abschießen? Ja, ich hab dich da hinten gesehen, du Wichse. Komm her. Wo war denn der hier? Ja, da will sich einer hinschleichen. Fuck. Hässlige Shotgun hier. Okay, der ist weg. Der ist weg. Oh Gott. Okay. So, jetzt sind es eigentlich nur diese Hässling-Camp. Äh, da hinten. Ach Gott. Wir können natürlich versuchen, einfach gar keine umzubringen. Aber, Junge, schon mal, wie... Ich schon mal, wie viele das sind, Alter. Ja. Das ist doch quasi unmöglich, oder? Nein. Okay. Na, aber komm, das ist doch kacke, Alter. Wie wollen wir das dann am besten machen? Versuchen, da durchzugehen. Ich glaube, ich hab das gehört. Dein Kumpel ist eben gestorben, du Wichser. So. Gibt's keinen mehr, der irgendwas gemerkt hat. So nice. So, der steht eigentlich noch ganz günstig. Verdammt. So, nachladen. Ich bleibst schon da. Oh Gott, der hat mich jetzt gesehen, ne? Gott, wieso musst du auch immer in dem Augenblick losgehen? Zack. Gott, also dieses, ähm... Das ganze Schießen ist ein bisschen, äh, scheiße gemacht. Nicht ein Hitman. Das ist relativ kompliziert mit dem ganzen Instinkt und so. Aber es ist natürlich schon nice, was man alles machen kann. Das hab ich, glaub ich, eh schon mal alles gesagt. So. Jetzt haben wir keine Munition mehr, aber wir haben eigentlich ganz gut was wegbekommen. Gott, 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 Gott. Kommt natürlich gleich die nächsten. Oh Gott, okay, verpässt du dich, komm. Oh Gott, der steht jetzt eigentlich so perfekt, um abzusnipern. Komm, 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 runter her. Runter. Runter, runter, runter. Nein. Du warst zu langsam, du Witzer. Du warst zu langsam. Du warst zu langsam. Du warst zu langsam. Das schafft man nicht. Jetzt geh doch weiter. Du scheiß Mongo, Mann. Komm, 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 komm. Nein. Wieso ging es ja nicht weiter, Mann? Wie hättest du es so knapp geschafft, Mann? Ach, komm schon. Voll für den Arsch. Oh. Ja, nice. Der Timer ist ab. Wir haben nichts geschafft. Das ist scheiß. Haha. Habt ihr den gesehen, Mann? So. Timer ist abgelaufen. Ne? Timer ist abgelaufen. Ähm, vergleiten wir uns mal an der. Also ist der da. Könnte vielleicht ein bisschen helfen. So, jetzt vergleite ich halt. Dankeschön. Äh, die nehmen wir mal. Die spazieren da drunter. Äh, hinten alle lang. Let's go hier im Gotteshaus. Ja, komm. Mal schön verstecken. Okay. Nehmen wir uns einfach mal die Vase mit. Und, äh, dann stelle ich mich hier mal einfach mal in die Ecke. Und sage, ich hoffe, es hat dich gefallen. Ne? Dieser absolut unnötige Part. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal ein bisschen stealthier da rumzulaufen. Wir nehmen uns dann hinten noch die Waffen und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Servus und viel Spaß. Bis dahin. Genau.